Leute, ich bin gespannt. Im Projekt Edoverse haben wir jetzt ja unseren 3D-Bildungsraum für Spatial.io erstellt und nun geht es darum, diesen Raum in den eigenen Spatial-Account zu übertragen. Das geht leider nicht so per Drag & Drop und Import. Von daher müssen wir jetzt ein kleines Video machen, dem ich euch jetzt versuche, da durchzuführen. Ja, versuche das richtig. Bis heute Mittag wusste ich selbst noch nicht, wie das geht. Ich habe es mir erklären lassen. Ich bin auch gerade so ein bisschen aufgeregt, ob ich es jetzt auch fehlerfrei wieder reproduzieren kann. Aber zack, wir schaffen das. Wir brauchen, bevor wir anfangen, ein paar Dateien, die wir uns herunterladen. Also zum einen diese Software Unity. Das ist eine Software, die stellt die Verbindung vom Computer zu Spatial.io her. Da brauchen wir auch die Zugangsdaten für Spatial.io, für den Gratis-Account. Wir brauchen das Spatial Unity Starter-Template und das Edoverse-Template, also dieses Paket mit den ganzen Daten drin. Wo er das herkriegt, das steht dann auch alles in der Videobeschreibung. Als erstes starte ich den Unity Hub. Das heißt, ich bestätige, installiere die Software. Das mache ich jetzt hier unter macOS. Die Bezeichnungen und Wege sind aber unter Windows auch identisch. Also das heißt, das sollte dann auch kein Problem sein, das von diesem Video, ich sag mal, in die Windows-Oberfläche zu übertragen. So, die Software wurde installiert. Das heißt, ich kann die jetzt auch starten. Hier Unity Hub. Und das dauert jetzt erstmal ein klein wenig, bis die Software das erste Mal lädt. Bei solchen Fällen, dann schneide ich auch oder spule dann auch ein bisschen schneller vor. Okay, da ist die Software schon. Und bevor ich sie jetzt nutzen kann, brauche ich einen kostenlosen Account, den ich mir einrichten muss. Dieses Fenster mit Install Unity Editor, das kann übersprungen werden. Skip Installation, das brauchen wir nicht. Und wie gesagt, bevor ich das nutzen kann, muss ich mir erstmal einen kostenfreien Account anlegen. Das geht hier auf der Website. Da ich das schon gemacht habe oder schon einen Account habe, Ja, werde ich mich jetzt hier weiterleiten lassen und mich hier erstmal einloggen. Ich bin angemeldet. Richtig. Und wechsle jetzt in dem Fenster auf Project Projekte und klicke auf Open. Und suche mir jetzt aus meinem Ordner, den ich mir hier angelegt habe, Wie gesagt, das Spatial Unity Starter Template. Das kann ich jetzt noch nicht anwenden, weil das noch gezippt ist. Das heißt, ich muss diese Datei erstmal entzippen, dass der Ordner hier zur Verfügung steht. Und wenn dies getan ist, kann ich das hier aussuchen und Open klicken. Und das Ganze erst einmal installieren. So, genau. Hier wähle ich mir jetzt bei Missing Version für den Mac die richtige Variante aus. Genau, Latest Version. Und installiere sie mir dann entsprechend. Wichtig bei dieser Auswahl, dass Visual Studio for Mac oder Visual Studio for Windows wird nicht benötigt. Das sind halt zwei Gigabyte. Wenn man das macht, dann hat man es halt. Aber das verlängert natürlich enorm den Installationsvorgang. Das Einzige, was hier wirklich ausgewählt werden muss, ist WebGL Bild Support. Das wird wohl benötigt. Ja, 1,75 Gigabyte auf der Festplatte. Und dann klicke ich mal auf Installieren. Und ja, warte jetzt erstmal, bis das Ganze jetzt hier erledigt ist. So, die Installation ist jetzt vorbei. Ich schließe das Download-Fenster und öffne jetzt im Prinzip das Starter-Template. Es wird etwas überprüft und jetzt sollte sich gleich ein Fenster öffnen, wenn ich richtig aufgepasst habe. Der Server wird gestartet. Resolving Packages. Jetzt werden die Dateien von diesem Standard-Template, die werden jetzt im Prinzip in die Unity-Software reingeladen. Das muss wohl einmalig sein, dass einfach so ein Standard-Template da ist, mit dem man dann arbeiten kann. So, es hat sich jetzt hier wie angekündigt ein neues Fenster geöffnet, zusammen mit der Frage Upgrade to Latest Version. Da klicke ich mal auf Yes und Upgrade Successful. Das heißt, hier ist jetzt auch schon die Unity-Software mit dem Standard-Template geöffnet im Hintergrund. Jetzt geht es darum, unser Eduverse-Template in diese Unity-Software zu importieren. Dafür klicken wir oben im Menü auf Assets und dann Import Package, Custom Package auswählen und dann aus dem Ordner, den wir uns bereitgelegt haben, die heruntergeladene Eduverse Social, das Template, dann auf Open klicken, also Auswahl auf Open klicken. Dann wird dies installiert und dann haben wir hier nochmal so ein kleines Fenster mit den verschiedenen Dateien hier mit drin als Bestätigung und dann einfach rechts unten auf Import klicken und dann wird das Ganze nochmal importiert. Und ja, das kann jetzt nochmal so lange dauern, wie jetzt zum Beispiel gerade bei der Installation des Standard-Package oder des Standard-Themes. Von daher warten wir nochmal einen Moment. So, da sind wir wieder. Das Tablet, das wurde jetzt erfolgreich importiert. Und wer jetzt möchte, der kann jetzt hier unten im linken Bereich unter Assets einfach auch mal ein bisschen im Eduverse rumspielen und das Eduverse auch verändern und wirklich neue Punkte setzen. Aber wenn ihr jetzt schon das Gefühl habt, nee, dann lasse ich lieber die Finger davon und da gehöre ich auch dazu, dann lasst einfach die Finger davon. Denn, also ich hätte jetzt hier einfach auch mit meinen fehlenden Kenntnissen einfach die Panik, irgendwas kaputt zu machen oder zu verändern. Was wir jetzt tun wollen, ist die Verbindung zu Spatial.io herstellen, damit das Programm, die Map da auch hochladen kann. Und da gehe ich hier oben neben Publishing auf dieses Zahnrad mit den Einstellungen und da sehe ich schon dann direkt, nicht eingeloggt, rote Meldung. Hierfür klicke ich auf Go und habe jetzt hier zwei Schritte, die ich tun muss. Einmal einen Login-Token bekommen, also ein Token, das ist ein Zugangsschlüssel von Spatial.io, den ich hier eingebe zur Authentifizierung und dann diesen Token hier einfügen. Wichtig ist, diesen Token bitte nicht weitergeben, weil damit eben auch auf euer Spatial-Account zugegriffen werden kann. So, ich klicke hier drauf, es öffnet sich jetzt der Browser und ich habe jetzt hier direkt die Möglichkeit, hier Copy to Clipboard. Das heißt, ich schließe das Ganze dann hier nochmal und sage jetzt hier Paste Login-Token und schon bin ich mit meinem Spatial-Account eingeloggt. Nachdem die Verbindung jetzt hergestellt wurde, wollen wir das Template jetzt auch Spatial veröffentlichen und dafür gehen wir hier auf diesen Button Publishing. Wir sind hier im gleichen Fenster, nur ein Reiter weiter und müssen jetzt als erstes mal entscheiden, als was wir das Ganze erstellen wollen. Soll das als ein fertiger Raum oder als eine Vorlage erstellt werden? Eine Vorlage hat natürlich die Möglichkeit, ich kann immer wieder neue Räume aus ihr erstellen. Das heißt, auch in der Projektarbeit macht das wirklich viel mehr Sinn. Das heißt, ich wähle hier Space Template aus, klicke auf Create, schreibe jetzt hier rein Unternehmen, welchen Namen das haben soll. Ich wähle Eduverse Template und gehe jetzt hier bei Template-Varianten auf Default und wähle jetzt hier bei der Szene die entsprechende Szene aus. Eduverse Template, haben wir hier Assets, Eduverse, genau. Und als Thumbnail wähle ich mir aus, muss ich in die Texturen gehen, bin auch direkt im richtigen Ordner, ein bisschen scrollen, da ist nämlich auch das Eduverse Thumbnail mit drin. Wahrscheinlich wäre es einfacher gewesen, oben einfach nach Thumbnail zu suchen. Machen wir doch mal. Ja, da ist es nämlich schon. Und zack, ist das auch angegeben. Hervorragend. Das müsste jetzt soweit alles sein. Und von daher haben wir jetzt die Möglichkeit, die aktive Szene zu testen. Das heißt, die wird dann in eine Art Sandbox-Modus geladen. Und daraus können wir sie dann im Prinzip dann auch direkt veröffentlichen. Das hat einfach den Vorteil, dass wir dann erst nochmal ausgiebig testen können und auch sehen, sind da noch Fehler oder nicht, bevor wir dann auch endgültig was veröffentlichen. Von daher, jetzt wird wieder hochgeladen, jetzt wird wieder importiert, exportiert und gerödelt. Und ja, wir sehen uns dann gleich, wenn ja alles hochgeladen ist. So, es hat sich was getan. Uploading Sandbox Assets Bundle. Das Bild hat sich nochmal verändert. Und es öffnet sich der Browser und ich bin jetzt in der Sandbox. Also Sandbox bedeutet, das ist ein geschützter Bereich. Die Welt ist noch nicht veröffentlicht, sondern das ist jetzt erstmal nur so eine Art Test-Arena, in der ich mich jetzt überzeugen kann, dass die Welt jetzt auch wirklich so funktioniert, wie sie auch funktionieren soll. Wie gesagt, allein mit dem Sinn, dass wenn ich jetzt einen Fehler sehe, das Ganze eben doch nicht veröffentlicht wird. Bin ich mit allem zufrieden, gehe ich hier wieder in meine Software, habe den Button Publishing geklickt und dann habe ich hier den Button Publish und ja, mit einem Klick da drauf wird die Welt dann als Vorlage in meinen Spatial Account auch reingeladen. Das Ganze dauert ein klein wenig. Einige Dateien, die jetzt schon hochgeladen sind, können jetzt auch genutzt werden. Also von daher doch mal etwas Geduld und wir sehen uns dann auch gleich wieder. So, da sind wir wieder. Der Upload-Vorgang, der nähert sich hier dem Ende. Wichtig ist einfach noch zu erwähnen, Upload Complete. Sieht, dass die Welt jetzt nach dem Upload nicht sofort zur Verfügung steht, sondern es laut Aussagen unseres Designers zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden, zwei Stunden dauern kann, bis die Welt dann auch als Template zur Verfügung steht. Also von daher ist das jetzt nichts, was man irgendwie kurz vor einer Veranstaltung irgendwie macht, so eine Welt zu erneuern, sondern man sollte sich doch mal ausreichend Zeit mitnehmen. Ich mache jetzt an dieser Stelle auch erstmal eine Pause und werde in einigen Stunden dann nochmal schauen, ob die Welt dann auch erfolgreich in meinen Spatial Account geladen wurde. Von daher sage ich schon mal bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Es sind jetzt knapp anderthalb, zwei Stunden vergangen und ich schalte mich jetzt nochmal in meinen Spatial Account. Und wenn ich jetzt auf Create the Space klicke, sehe ich, ist auf der linken Seite das Creator Toolkit mit dazugekommen. Und wenn ich hier draufklicke, dann sehe ich auch die beiden Templates. Das ist das erste von heute Morgen, so der Generaltest mit unserem Designer. Und hier auf der rechten Seite das, was wir eben gerade hochgeladen haben. Und wenn ich jetzt mit der Maus draufklicke, wird meine erste Welt mit dem Edoverse Template erstellt, die ich dann eben entsprechend auch gemäß den Funktionen nutzen kann. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben, wie die Installation des Templates ist. Also ganz grundsätzlich, man braucht die Unity Software dafür. Man muss die Verbindung von Unity zu Spatial hoch- oder herstellen, dann das Template in Unity reinladen und dann veröffentlichen. Wenn du Fragen hast, zöger nicht, dich bei uns zu melden per E-Mail, per Telefon. Nutz die Kommentare ansonsten. Viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss.